so wir hängen hier weiter ab ich musste gerade wieder ein bisschen speicher frei machen ja ja gut ja ich glaube wir haben genug abgehangen mach mal weg nein niemals ihr habt das spiel jetzt noch mal ein bisschen leiser gemacht ich hoffe es ist jetzt noch mal besser cool glas war ja klar ein ring es ist der eine ring ich muss ihn ins feuer werfen oh nein nicht ritterüstungen ganz schlechte erfahrungen mit denen hat er keine eier weiß ich nicht guck mal wer da ist so sieht man sich wieder ja hallo duke wenn es was zu verdienen gibt und hast du deine tochter gefunden nein wenn sie wirklich hier ist hält die herren des hauses sie doch sicher in ihren privaten gemächern fest denkst du nicht genau die sie dich doch mal dort um vielleicht hast du glück apropos umsehen brauchst du irgendwas aber gerne sicher brauche ich was ich gebe dir munition und die waffe zurück brauchst du es nicht mehr nein und die will ich nicht ich will die lehme da hattest du ein auge drauf was man ich will aber auch ihr zubehör haben außerdem will ich sie verbessern ja ich weiß die anfangswaffen maximal zu verbessern ist eigentlich dumm aber kommen alter ich spiel das jetzt im spiel spaß nicht wegen sinn ja 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 Wow Oh ja und überhaupt ja 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 Hey, lass doch wenigstens die Musik an. Scheiß Tür. Oha. Ja, was? Sehr bequem. Okay. Oh, hi. Oh mein Gott, wie viel Schuss brauchst du? Okay. Ich weiß schon, warum ich nicht mit den Anfangswaffen spiele. Die sind voll aufgerüstet. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. oh cool digger digger AIM ist wieder on point. Kassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Ach, die eine ist Kassandra? Wer bist denn du dann? Oh. Wo bist denn ein kleiner Mann? Deine Kugeln können mir nichts an... Du dreckige Missgeburt! Ey! Das kann ich auch... Oh scheiße, das kann ich über dich aber auch sagen. Dafür wirst du bösen, du Bastard! Ey! Wortwahl bitte! Habst du es uns selbst auszufordern? Ja. Anscheinend tue ich das. Das kann nichts sein! Das kann nichts sein! Gib auf! Schabloser Kerl! Ah! Ah! Hallo! Hallo! Bitte geh und sie weg! Ich kaufe deine offene Kehle mit Würmern! Oh cool, danke! Krass! eine flasche gut so ok cool geld auch cool noch mehr geld ein dietrich kein dietrich mehr ja genau das foto ich habe das nie angeguckt ich habe mir keinen timer gestellt ich voll idiot machen wir noch mal eine viertelstunde man bin ich vergesslich da setzt ein pixel kann ich hier eigentlich irgendwo hin geld eigentlich ich finde allein raus danke kommst du nicht rein so ich glaube das war hier das x markiert die stelle vergiss das nicht so 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 warum fällt dir das jetzt erst auf wie war das so so hallo und so blut alles doch und So war's das jetzt? Ja. Bleib tot. Okay. Sie haben ihr Ziel erreicht. Wow. Windmühle. Schreibmaschine speichern! Wow. Oh, 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 oh. Dass sie mich hier nicht sieht, ne? Verlasst euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Wenn du meinst... Guck mal, ich mach dein Fenster kaputt. Warum? Weil ich's kann. Nicht hier. Guck mal, Schlüssel. Cool. Oh. Oh, shit. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen sie von... Du undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern. Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Ruhe dich gut aus, denn ich werde dich jagen. Und ich werde dich in Stücke reißen. Mach doch. Du kannst mich mal. Tja, Ethan, das hast du mir aus der Rede gesprochen. Die Kiste sah sehr out of place aus. Schlechte Belichtung. Was? Man... Oh, Gott. Ja. Amen. Ja, tja, wie ich gesagt hatte. Das ist als ob ich dich gehen ließe. Das X markiert die Stelle, Ethan. Er wirst du zerfleischt. Hi. Als dass du dein Kind wieder siehst. Oh, bitte gehen sie weg. Reißt du mir eine helfende Hand? Madame, wo sind sie? Oh, hei. Tschüüüüüüüü! Oh, oh. Hahaha, du kannst dich davonlaufen! Ethan, das ist nicht logisch! Denk logisch! Okay, gut. Ich denke mal, ich glaube, das mit der Logik kennt unser Kollege hier nicht so wirklich. Okay. Scheiß auf dieses Schloss. Ja, dann lass uns rausgehen. Die Frösse! Ich werde hier nach auf jeden Fall erstmal gleich eine neue Pistol kaufen. Weil das Geld habe ich ja. Ich werde den Spielstand eh nochmal überschreiben müssen. Nachdem wir das zusammen durchgespielt haben. Ich will nämlich noch ein paar Folge abstauben, die ich auf meiner PS4-Version habe. Ich werde nämlich nicht alles nochmal machen. Da habe ich kein Boot drauf. Willst du mir gerade sagen, dass sie jetzt kommt? Nee, hä? Nee, hä? Hm. Hm. Lassen Sie uns Klavier spielen. Nein, oder? Mcess klavier! Ich bin hier nicht. Ich bin hier auch nicht da. Was willst du denn? Kommt die überhaupt? Links, rechts? Da bist du! Ja, hast du kein Problem damit? Dass ich dir in deine hässliche Fresse balle? Ja, guck mal. Warum tust du das? Weil ich da Bock drauf hab. Kälte! Au! Bleib stehen! Ein Traum! Nur ein Traum! Ich will nicht sterben! Ich gehe versattern! Margret! Maske! Und das ist mein Timer. Okay! 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 Ja, ja! Ja, ja! Boah, krass! Ne, danke! Dittrich! 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 Oh Mann! Dittrich! Nein! Lass doch nach! Ethan! Das ist gut. Sorry, aber gegen die Gegner muss ich diese Waffe nutzen. Okay. Man, der schießt auch viel zu spät. Gib mir dein Geld, Daniel. Okay. Okay. Oh cool Gut Ich würde dann sagen Wir hören uns beim nächsten Mal wieder Ich hoffe ihr hattet Spaß Wenn nicht dann Pech gehabt